Immer wenn wir früher krank waren, war unsere Oma für uns da. Wenn Oma bei uns war, durften wir uns ein Essen wünschen. Immer wenn wir zum Arzt gehen mussten, ist Oma mitgekommen. Jedes Mal, wenn wir wieder gesund waren, hat sie uns beide immer vorgelesen. Immer wenn wir in die Heimat gefahren sind, hat er etwas vergessen. Jedes Mal, wenn ich auf Deutsch telefonieren musste, war ich sehr nervös. Immer wenn meine Schwester und ich früher zu unseren Großeltern gefahren sind, hatten wir viel Spaß. Meine Eltern waren oft sauer, wenn ich in der Suppe das Salz vergessen hatte. Ich fand es als Kind immer sehr aufregend, wenn ich vor Publikum ein Gedicht auswendig gesagt hatte. Es hat mir immer gut gefallen, wenn ich Bücher meines Lieblingsschriftstellers als Geschenk bekommen habe. Meine Eltern waren immer sehr zufrieden mit mir, wenn ich meinen kleinen Geschwistern geholfen habe. Mein Opa fand es immer sehr witzig, wenn ich meine Haare zu zwei kleinen Zöpfen gemacht hatte. Er war immer der allerbeste Zuhörer gewesen, wenn sie Sorgen hatte. Da haben Sie gesagt, wir sehen uns nicht mehr. Vielen Dank.